Erst kürzlich lässt Nina Enzmann die Bombe platzen. Die GZSZ-Schauspielerin ist schwanger und erwartet ihr erstes Baby. Seit Sommer 2022 ist sie als Luxus-Girl Jessica Reichelt in der Daily Soap zu sehen. Nun steht eine kleine Pause an, aus dem süßesten aller Gründe. Bunte.de trifft Nina Enzmann bei der Verleihung des New Faces Awards in Berlin zum Interview. Ich fühle mich wirklich grandios, ich fühle mich wirklich richtig gut. Ich habe wahnsinnig viel Glück, dass es mir von Anfang an richtig gut gegangen ist. Ich habe nicht diese unangenehmen Symptome oder Wehwehchen. Und ich weiß, dass es, weiß Gott, mehr als Wehwehchen sein können, was man da alles so mitbekommt. Das macht dann teilweise nicht so viel Spaß. Deswegen, also da habe ich sehr viel Glück, dass es mir fantastisch geht. Nina erinnert sich noch genau an das Gefühl, als sie den positiven Schwangerschaftstest in den Händen halten durfte. Wow, okay, krass. Das war toll. Also im ersten Moment war wirklich nur so wow und mehr war gar nicht in meinem Kopf. Und dann habe ich mich einfach nur noch gefreut und ja, habe es genossen. Schon seit 16 Jahren ist sie mit ihrem Lebensgefährten Marc Dämmig zusammen. Der Nachwuchs macht das Liebesglück des Paares nun perfekt. Der Zeitpunkt ist perfekt. Der Zeitpunkt ist wirklich perfekt. Also das ist, nein, ich kann dazu einfach gar nichts sagen. Es könnte nicht besser sein. Wir sehen das halt wirklich als spannendes Projekt an. Das hört sich jetzt voll doof an, aber es ist halt wirklich super spannend. Das ist alles auch gar nicht wirklich planbar und es ist einfach ein Abenteuer, was auf uns zukommt. Und dementsprechend, also wir haben ehrlicherweise noch kein Kinderzimmer irgendwie gestellt, eingerichtet oder sonstiges. Das wird alles noch kommen. Ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit. Und auch da möchte ich mich gar nicht stressen, sage ich ganz ehrlich. Ich möchte es einfach, ich möchte den Moment genießen. Ich möchte das hier und jetzt genießen und da wird noch so viel Neues auf uns zukommen. Und ich gehe das Schritt für Schritt an und genieße dann auch einfach jeden Schritt. Und das wird, glaube ich, alles von selber kommen. Der Fokus liegt in den kommenden Monaten natürlich auf dem Baby, aber ihr Comeback bei GZSZ nach der Babypause hat Nina schon geplant. Ab Sommer 2024 will sie wieder vor der Kamera stehen.